Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Hauptthema unserer heutigen Sendung ist die Wirtschaftlichkeit der Tiefkühlprodukte. Wir haben dazu einen kompetenten Gast zu uns ins Coop mit dem Studio eingeladen. Guten Abend, Frau Maurer. Die erste Frage nach den Vorteilen der Tiefkühlprodukte können Sie uns sicher beantworten. Ja, also wirtschaftlich aushalten bedeutet ja, sein Haushaltgeld so einzusetzen, dass eine gesunde und eine ausgeglichene Ernährung garantiert ist. Ich denke da besonders an die Vitamine und Mineralstoffe. Ist frisch gekauftes Gemüse viel vitaminhaltiger als frisch tiefkühltes? Das glauben viele Leute. Sie müssen aber hier berücksichtigen, dass es beim Frischgemüse so ein oder zwei Tage geht, bis man es kaufen kann. Und der Vitamin C-Gehalt vermindert sich ja von der Ernte weg. Also ist das Gemüse, das sofort nach der Ernte frisch verarbeitet und tiefkühlt wird, im Vitamine-Gehalt überaus günstig. Also im Grossen und Ganzen sind Tiefkühlprodukte wirtschaftliche Sachen? Ja, besonders wenn man nicht viel Zeit hat, ist es ein Tiefkühlprodukt, das einem zuerst viel teurer erscheint, auf das Ganze gesehen viel wirtschaftlicher. Denn man hat keinen Abfall und muss viel weniger vorbereiten. Dankeschön, Frau Maurer. Bei Coop können Sie Tiefkühlprodukte besonders wirtschaftlich einkaufen. Denn Coop hat ein vielseitiges Angebot zu günstigen Preisen unter der Qualitätsmarken Goldstarr. Das sind zum Beispiel die erntefrische, tiefkühlte Goldstarr-Gemüse und Früchte, die fixfertigen Goldstarr-Hertöpfelprodukte, mehr frisch tiefkühlte Fische, ofenfertige Goldstarr-Backspezialitäten oder die feinen, rahmgelassen Überraschungen. Und wenn Sie noch ein Tiefkühlgerät brauchen, dann ist die Gelegenheit jetzt enorm günstig. In den grossen Coop-Center und Coop-Warenhäusern gibt es jetzt nämlich Tiefkühltruhe und Tiefkühlstränk unter der Qualitätsmarken Satrap in einer grossen Auswahl und zu Jubiläumspreisen. So, das wäre es gewesen für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und gehen jetzt noch weiter ins Coop-Center für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Zistig gibt es beim Coop folgende Hit-Angebote. Zwei Rollen Arnie Schockertwin für nur 2,80. Zwei Baguette Kambli-Bratzeli nur 2,50. 50 Beutel Lipton's Yellow Label Tee oder 100 Beutel Englisch Bruggentee für nur 2,40. Und jetzt gibt es die Hunde- und Katzenvollnahrung beim Coop. 25 bis 65 Rappen günstiger. 500 Gramm Excellento Bohnenkaffee nur 5,80. Und 250 Gramm nur 3,10. 250 Gramm Bonsoir-Kaffee ohne Koffein nur 3,20. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Aprikosencake für nur 2,80. Und Golden Delicious erste Qualität in der praktischen Trakttasche, das Kilo nur 1,60. Profitieren Sie von diesen Angeboten. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.